Herzlich Willkommen zum nächsten Video und heute wollen wir uns Elektron Lavaloon anschauen. Also einen geklonten Elektro-Drachen, Lavaloon und Sui-Helden. Viel Spaß! Im letzten Video haben wir uns Sui-Helden mit Lavaloon angeschaut. Heute kommt dann noch der geklonte Elektro-Drachen mit dazu. Auch diese Fights sehen richtig geil aus. Aber wie gesagt, ich bin irgendwie zu nervös, um hier mit Lavaloon umzugehen. Slenderman zeigt uns aber hier gleich im ersten Fight, wie es denn richtig geht. Er räumt auf der linken Seite mit ein paar Loons auf. Dann kommt er hier von 4 Uhr mit seinem Royal Champion, um in die Base vorzurücken. Um alles vorzubereiten für den Elektron-Part. Seine King und sein Queen kommen hier auf der Seite vom King rein. Und haben als Ziel den Scattershot rauszunehmen, um die Base so weit vorzubereiten, dass dann der Zeppelin von 4 Uhr in die Base reinfliegen kann. Richtung Adler, um einfach da drin alles auszuschalten. Auch die Queen mit rauszunehmen. Wie ihr sehen könnt, die Helden kommen mit den Mauerbrechern wunderbar bis in die Base rein. Nehmen den Scattershot raus. Schaffen wir es sogar noch, den Royal Champion rauszunehmen. Das heißt, zwei Helden sind jetzt schon raus. In der Mitte der Zeppelin ist bis zum Adler vorgedrungen. Mit dem Wut und dem Klonzauber konnten die Loons genügend Devs rausnehmen. Und der Elektro-Drache hat sich um die Queen gekümmert. Das heißt, jetzt kann man hier von rechts von 3 Uhr mit den Loons in die Base rein gehen. Einen Eilzauber ist hier vollkommen ausreichend, um Richtung Single-Inferno zu kommen. Wichtig ist hier den Luftfeger zu frosten und natürlich auch den Scattershot. Dieser würde mit wenigen Schüssen die ganzen Loons rausnehmen. Und das wollen wir ja natürlich nicht. In der Nähe des Rathaus muss man dann hier sofort den Wurden zünden, weil auch dieses nach kurzer Zeit die Loons nacheinander wie die Fliegen fallen lassen würde. Slenderman hat den Wurden hier zur rechten Zeit gezündet, nimmt aber in Kauf, dass hier einige Loons sterben werden durch die Bombe des Rathauses. Aber wer sehen könnt, noch so viele Loons am Leben, da macht das hier bei einem Market-Turm überhaupt nichts mehr auf. Jetzt können wir hier schon etwas schneller machen, um das Aufräumen mit anzusehen. Sehr starker Fight. Die Loons schön einzeln gesetzt, kam von rechts in die Base rein, ist einmal gegen den Uhrzeigersinn, durch die Base geflogen. Und auch im nächsten Fight haben wir hier wieder einen Fight von Cloud21. Eine Art Boxbase, wo man hier vier große Compartments hat. Unten das Rathaus, oben den Adler geschützt durch ein Single-Inferno, links und rechts die Scattershots. Auch jemals mit einem Inferno. Schusi kommt hier relativ entspannt von oben in die Base rein. Sehr schön ausgeführt, habe ich so noch nicht gesehen. Räumt erstmal rechts und links auf den Eis-Golem vorne weg, dass er natürlich hier den Single-Inferno frostet. Der King, leider etwas zu schnell, wird hier vom Single-Inferno gleich anvisiert. Das heißt, zünden, dass er wenigstens noch hier ein paar Truppen mit rausnehmen kann und noch ein paar Gebäude. Die Queen soll sich dann um den Rest kümmern, ganz wichtig, soll hier den Adler rausnehmen. Wenn dann das erste Ziel von der Queen erfüllt ist, kann dann hier rechts gleich der Zeppelin reinkommen. Der King soll sich um eine Luftabwehr und um den Scattershot auf der rechten Seite kümmern. Was auch wie ihr sehen könnt, super funktioniert. Die Luftfeger zeigen ganz woanders hin. Mit zwei Loons vorne weg kommt der Zeppelin bis dahin, wo er hinkommen soll. Der Wut in der Klonzauber relativ schnell hintereinander gesetzt. Die Loons fliegen vorne weg, geben dem Elektro-Drachen hier genügend Zeit, die Base schon mal richtig aufzuräumen. Auf der rechten Seite und wie ihr sehen könnt, sind hier schon fast ein Drittel der Base weg. Und der Elektro-Drachen noch mit von der Partie. Die Queen kümmert sich oben um die gegnerische Clanburg. Was ja schade ist, da ein Hund drin ist. Den restlichen Schlauch können jetzt hier die eigenen Loons mit den Hunden rausnehmen. Wie ihr sehen könnt, auch hier natürlich wieder den Scattershot gefrostet. Die Single Infernus total sinnlos gegen so viele Loons. Man fliegt jetzt hier mit allen Loons direkt Richtung Rathaus. Sehr schön. Was ja auch gut funktioniert, der Worden bleibt mal hinter den Truppen. Ganz wichtig, das Rathaus zu frosten, dass hier nicht so viele Loons sterben vorher. Die Loons auf dem Rathaus. Das heißt, jetzt kann man den Worden zünden. Etwas früh, da ja der Frost noch auf dem Rathaus war, hätte man etwas später zünden können. Aber alles gut. Alles super funktioniert. Oben sind noch ein paar Verteidigungen übrig. Aber wie ihr sehen könnt, so viele Truppen hier, die mit aufräumen. Das heißt, überhaupt keine Probleme bei Schusi. Durch die ganzen Minions, die sie dabei hat und die Welpen von den Hunden. Ist das natürlich hier richtig schnell vorbei der Fight. Richtig stark gemacht. Und dann gehen wir gleich in den nächsten. Und auch der nächste Fight von Slenderman hier. Er hat mich auch eigentlich eingeladen, seine Fights aufzunehmen. Dass hier so viele rauskommen, hat mich richtig überrascht. Da die Taktik doch relativ selten angewendet wird. Und auch hier kommt er von oben mit seinem King rein, um den gegnerischen Champion rauszunehmen. Von unten einem Eisgolem. Ganz wichtig, um die Queen rauszunehmen. Der Supermauerbrecher dabei. Das ist natürlich relativ einfach in die Base reinzugehen. Will hier das Rathaus rausholen, was super funktioniert. Immer auf den Worten etwas aufpassen. Der nimmt bei der Queen richtig Leben von der Uhr. Und dann kann er schon der Elektron-Part starten. Wie ihr sehen könnt, kommen jetzt hier von 9 Uhr die Loons rein und der Zeppelin hinterher. Ziel ist natürlich, den gegnerischen Adler rauszunehmen. Was hier wunderbar funktioniert. Der Elektro-Drachen hält hier einige Schüsse vom Scattershot aus. Die Bogies aus der Clanbox sind dann relativ schnell weg. Mit dem Rathaus weg, dem Adler weg, kann man dann von oben gemeinsam in die Base reinfliegen. Ganz wichtig, auch hier wird der Scattershot wieder gefrostet. Was hier auch relativ wichtig ist, da der Worden direkt davor rumfliegt. Jetzt geht man unten Richtung den nächsten Scattershot. Kann den Worden noch zünden. Was natürlich hier das perfekte Timing ist. Leider fliegen die Loons erstmal nach rechts weg und nur ein paar Loons Richtung Scattershot. Das heißt, ich muss ihn hier wiederfrosten. Muss auf die Luftabwehr noch aufpassen. Auf der Seite kann meine restlichen Loons von links auf den Magier-Turm spielen. Und dann hat sie die Base eigentlich auch schon komplett erlebt. Den Royal Champion hat er sich hier aufgehoben bis zum Schluss. Kann sogar noch mit aufräumen. Und weil Slenderman es so toll macht, wollen wir uns gleich danach noch einen Fight hier von ihm anschauen. Hier das Aufräumen dauert ein bisschen, aber auch das ist schnell vorbei. Und wie gesagt, der nächste Fight von Slenderman. Die Base kennt jeder. Ein Rathaus in der Ecke. Richtig nervig. Er geht hier von der anderen Seite ran. Das haben wir bisher noch nicht gesehen. Kommt erstmal von unten mit dem Royal Champ. Vorher den Ice Golem. Um hier den Single Inferno zu frosten. Räumt hier wunderbar unten das komplette Compartment von dem Single Inferno frei. Muss jetzt hier auf sein. Royal aufpassen, was er super macht. Mit den ganzen Frostzaubern, die er hier verwendet. Kann dann seinen King und seine Queen von 9 Uhr Richtung 3 Uhr aufräumen lassen. Der King soll außenrum ziehen, um hier die ganzen Gebäude rauszunehmen. Die Queen soll rein Richtung Multi Inferno, um einfach da richtig Platz zu machen. Dann kann er mit seinem Zeppelin in die Base reinfliegen. Hinten den Adler rausholen. Richtig tief reinkommen, wie ihr es jetzt gleich sehen könnt. Sehr, sehr starker Plan. Relativ einfache Ausführungen. Muss ich wirklich sagen. Bin überrascht gewesen, als ich den Fight gesehen habe. Beim Yetis Mess sind die 3 Sterne immer relativ unsicher. Aber hier könnt ihr sehen, mit dem Elektron Part. Auf den Adler drauf ist die Base hier so schnell zerlegt. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Hat sogar noch einen Giftsauber mit dabei für die gegnerische Clanburg. Jetzt hat mir hier schon die Hälfte der Base ausgeschaltet. Und kommt jetzt erst mit dem Loom Part in die Base rein. Richtig stark. Oben das Compartment mit dem Single Entfernen. Und natürlich relativ schnell raus. Unten hat man dann das Rathaus und 2 Scatter Shots auf einen Hauf. Also hier muss man richtig aufpassen. Hat aber auch noch 2 Eilzauber und 3 Frostzauber für diesen Part übrig. Und er kann seinen Warden noch zünden. Also hier vorsichtig rantasten. Reinfliegen in die Base. Den Warden zünden. Etwas deplatziert hier leider. Ein paar Loons gehen drauf. Aber das ist nicht weiter schlimm. Wichtig ist hier, dass der Scatter Shot relativ schnell raus geht. Und dann ist auch von der Base nicht mehr viel übrig. So viele Welpen und Minions da, dass auch die Queem nichts mehr ausrichten kann. So schnell wirkt das Ganze. Sehr sehr starke Fight hier von Slenderman. Ich denke er könnte mir eigentlich mal ein Kasten Bier bezahlen für seine Extra Show hier. Auch der letzte Fight ist aus der Cloud. Schon ein paar Tage her von Bene kommt hier etwas anders in die Base rein. Er schickt als erstes den Elektron Part in die Base rein. Schaltet hier erstmal Queen und Royal Champion aus. Das ist auf jeden Fall sein Ziel. Schafft es sogar auch noch den Scatter Shot mit rauszunehmen. Richtig super Value hier von seinem Elektron. Zwei Helden raus. Ein Scatter Shot raus. Richtig stark. Kann dann hier von links mit dem King Richtung Rathaus ziehen, um das frei zu machen. Kommt von oben mit ein paar Loons und einem Babydrachen, um auch hier das rauszunehmen. Was ist sein Ziel? Natürlich erstmal das Rathaus rauszunehmen. Von unten hat er einen Eisgolem gesetzt. Wollte damit den Single Inferno so lange ablenken, bis der Royal Champion ihn ausgeschaltet hat. Leider hat er da nicht mit der Hexe gerechnet. Sehr schade. Hat hier den Royal geopfert, ohne den Single Inferno rauszunehmen. Sehr schade. Hätte hier etwas warten müssen, bis die Hexe nach außen wegzieht. Aber wichtig ist, dass oben das Rathaus von der Queen weggenommen wird. Der Babydrachen hat hier genügend Platz gemacht, dass die Queen auch wirklich bis zum Rathaus kommt. Das heißt, die Queen zünden Rathaus weg. Der Loon Bart kann dann oben in das Hauptcompartement von der Base rein. Hier auch wieder wichtig. Scatter Shot und Adler zusammen. Das heißt natürlich, das ganze Frusten. Die Loons sollen hier relativ schnell in die Base reingehen. Um den Adler und den Scatter Shot aus dem Spiel zu nehmen, hat er einen Wut für die Mitte der Base. Den Wurden rechtzeitig und früh gezündet, dass der Scatter Shot nichts mehr ausrichten kann. Und jetzt sind hier die Loons nur noch da, die einzelnen Gebäude rauszunehmen. Eigentlich hat man hier nur noch die zwei Magier-Türme, die hier irgendetwas ausrichten können. Auch die Tornado-Falle in der Mitte macht da überhaupt nichts mehr fett. Die Larkis und die Welpen kümmern sich dann hier schon ums Aufräumen. Die restlichen Loons nehmen hier noch die Verteidigung raus. Sehr schöner, sehr starker Fight hier von Bene. Das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer dran denken, liken, abonnieren. Ab und zu auch mal einen Kommentar da lassen. Ich freue mich wirklich darüber. Also wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.